Ja, es geht auf zum Gemüsesuppen-Level und dass sich keiner erinnert, außer ich, weil ich traumatisiert bin. Ich bin schnippeln, ja. Also ich stehe rechts oben und schreie, was ich brauche und hoffe, dass es geschnippelt bei mir ankommt und wie es fällt in den Abgrund oder landet im Topf, wo es nie reingehört. Konnen runter meinen Platz. Nicht da runter. Alles klar. Zwiebel, immer Zwiebel. Okay. Zwiebel, Brokkoli, Käse. Zwiebel, Kartoffel, Lauch. Danke. Ich brauche den Brokkoli, Konnen. Ja, ich hatte eine Kartoffel in der Hand. Schön. Ich brauche eine Brücke, Kirschi. Der Lauch ist abgesoffen. Ah, es geht schon wieder los. Ich muss jetzt den Jungs sagen. Okay. Ich hole dir einen Lauch. Wow. Das war nice. Das Lauch war gar nicht geplant. Was brauchst du das nächste? Zwiebel, Kartoffeln, Möhre. Ähm, nochmal das gleiche, bitte. Zwiebel, Kartoffeln, Möhre. Okay, dann brauchen wir noch einmal eine Kartoffel. Ah! Nein, ich brauche, ich brauche, äh, eine Zwiebel. Eine Zwiebel zur Oma, dann ist alles gut. Ähm, wir müssen die Brücke spielen. Oh mein Gott. Geh weg. Lass die Jungs lassen machen. Ähm. Okay. Brokkoli, schnell. Brauchst du. Ich weiß nicht, ich muss rausgeben. Ich kann nicht gucken, was bestellt wurde. Einen Moment. Äh, zweimal. Zwiebel, Brokkoli, Käse. Zwiebel. Ach, Zwiebel, Brokkoli. Okay, Brokkoli, Käse fehlt noch. Der Rest kam an. Sehr gut. Okay, okay, gut, gut, gut. Ähm, dann... Zwiebel, Lauch. Zwiebel. Bleiben, bleiben, bleiben. Okay. Ähm, Zwiebel, Kartoffel. Zwiebel, Kartoffel, Lauch. Ah. Oh. Falsch gedrückt. Ah! Das ist schlecht. Ähm, Zwiebel, Kartoffel, Lauch ist gerade abgesoffen. Ach, Scheiße. Drück mal den Knopf da unten. Dass ich Brücke habe. Okay. Brauchst du noch. Brücke. Zwiebel, ne. Ähm, Zwiebel, Brokkoli, Käse. Zwiebel. Was war das? Ich hab das nicht gesehen. Das war sehr spannend. Sehr schön. Knopf, Elik? Bei dir? Hi, Wadi. Hi. Käse war's noch, ne? Ja. Aber ich muss auch rausgeben, dann. Okay, da habt ihr auch. Ähm, okay. So. Spült ihr auch, Jungs? Ja. Cool. Gibt mir mal Kartoffel und Zwiebel, Käse. Nur für den Fall. Ähm. Okay. Ich brauche einen Teller. Äh, kannst du mit dem Brücken? Und mir fehlt immer noch die Zwiebel und die Karotte für die Suppe. Da. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Ich hab keinen Platz. Brücke. Hast du deine Karotte? Ja, wirklich. Ciao, Conan. Alles gut, alles gut. Ich bin nun wichtig. Alter, wir, wie viele Punkte brauchen wir? Ich will's eigentlich gar nicht wissen. Ich glaub, jemand muss rausgeben. Ich kann nicht, ich kann nicht kochen und rausgeben, Knopf. Das war ja katastrophal. Zu wenig. Okay, dann, ähm, dann, wenn ich einmal rausgebe dann und die Brücke dann quasi so ist, dann müssen wir uns nicht die Jungs selber holen. Ja, das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Und dann tun wir die drei Kinder hier oben hin. Kartoffelschlag. Wir haben nicht mal 1000. Ja. Okay, 155. Ja, okay. Okay. Dann lassen wir die Brücken immer links rechts und tun die nur zum Spülen einmal drehen. Und zum Ausgeben halt, oder? Nee. Wir lassen die so dauerhaft. Und tun die nur dann zum Spülen hier einmal drehen. Ähm, ja. Zwiebel, Kartoffel. Oh, Kartoffel. Okay, so, jetzt Zwiebel, Kartoffel, Lauch. Okay. Noch wohl die Käse. Meint ich das nicht. Ich will da rüber. Jetzt müsst ihr wieder. Hallo? Hier kann was raus. Einmal Knopf mal, damit Elik rüber kann. Ach stimmt, die kommt ja oben nicht dran. Sorry. Zwiebelkon. Zwiebel, ja, kriegst du gleich. Soll ich das Dach rausgeben? Ah! Nein, nein, ich... Oh! Alles gut! Der Teller lebt! Das essen wir jetzt noch. Gut. Ich wollte schon rüber. Aber? Hier, legt ihr mal rüber. Ja. So, und jetzt macht ihr nochmal. Rotkirschi. Okay. Ähm. Lauch, dringend. Und dann Brokkoli, Käse. Und die Zwiebel. Ah, die kriegst du. Okay. So. Zwiebel, Kartoffel, Lauch. Die Zwiebel ist abgesoffen. Kriegst du? Warte. Könnt ihr einmal knopfen, bitte? Ach. Ich chil' zwiebel. 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 Buckими. Zwiebel. 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 Zwiebel erst im Nächstes. Okay, ja. Warte. Erst in Käse, dann die Zwiebel. schneller es wird noch eine zwiebel bitte ich muss rüber einmal bitte knopfen ich knopfe danke was brauchst du war nicht auch ja alles gut du kriegst ein lauf bitteschön brokkoli käse in brokkoli zwiebeln kartoffel wir will es abgesoffen ist denn da geht überkommt das knopfen lauch können bitte brokkoli käse zwiebel zwiebel kartoffel irgendwas ist abgesoffen ich weiß nicht was ich warte auf die kartoffel ok perfekt knopfen ja zwiebel teller was ist denn das obere kirche bitte zwiebel kartoffel karotte wir haben nur drei sekunde knopfen war so mag ich das zwiebel kartoffel lauch was noch gar nicht dran verdammt klopfen brokkoli das möchte ich nicht dran ja ist aber nur noch einen teller ok 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 brokkoli zwiebel Na, warte, du kriegst eine neue. Scheiße. Ist nicht dran, Kirschi. Ich dachte, das wäre nicht so neu, ich hab's kaputt gemacht. Nein, die Oma hat's zu früh gekocht. Hätte eh nicht gereicht. Ach, boah, ich hatte das. Nein. Bye. Ey. So, jetzt zieht Oma. Die Knochen drücken. Wuhu. Okay, er schiegt mir jetzt so allein in der Küche. Die Eune wegen dem Lemmige. Wuhu. Ich bin voll ins Rohr geglitscht. Oh, wenigstens drei. 400 Punkte knapp. Also, ich hatte zwischenzeitlich so eine einsame Kartoffel in meinem Topf nur drin. Und ich hab zu spät die Sache rausgebracht. Ja, ab und zu sauf ich die Sache noch immer noch. Das war top. Ja, das war total gut. Äh, Lauch. Der Lauch ist abgesoffen. Ja, hab's nur gerade gesehen. Brokkoli, Zwiebel. Den Käse nehme ich auch. Danach nochmal Brokkoli, Zwiebel, Käse. Ich mach jetzt alles daneben. Okay. Okay. Mir fehlt noch ein Brokkoli hier oben, dann habe ich meine Bestellungen. Die erste Suppe ist fertig. Kartoffel, Möhre. Zweite Suppe ist fertig. Entschuldigung, Entschuldigung. Danach die Zwiebel, Kartoffel, Möhre. Danach nochmal Zwiebel, Kartoffel, Möhre. Suppe ist fertig. Kann raus. Öh, Knopf. Oh mein Gott. Mir fehlt Kartoffel und Möhre. Nochmal Knopf. Danke. Nochmal Knopf. Sorry. Das kann auch raus, Kirschi. Das ist nicht schlimm. Was? Das kann auch raus, Kirschi. Äh, Kartoffel, Lauch. Wenn ich nix sag, könnt ihr auch einfach irgendwas schnibbeln, Leute. Vor allem Zwiebeln. Auch danach Zwiebel, Brokkoli, Käse. Okay. Okay, okay. Käse, zwei Kartoffeln, zwei Lauch fielen jetzt hier oben. Knopf. Was war denn das? Hallo, Cannon. Du hast dir den Lauch in die Hand geworfen und mich weggelegt. Ich will keine Zwiebel, ich will auch Kartoffeln. Ah, es brennt alles an, Käse. Nein, es ist Chaos. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Mein Gott, auch wenn mein Lauch kommt nicht an. Das ist nicht dran. Wachst dich nicht. Ich weiß, ich will es noch schon mal rüberstellen, damit wir Platz haben. Äh. Alter, ich schnäbel mein Scheiß selber. Warum kommt ihr denn nicht? Keine Ahnung, was wir machen. Als Efe im Arsch, und es fang von neuem an. Nein. Doch. Mein Lauch fehlt. Ja. Danke. Zwiebel. Kartoffel, Möhre. Zwiebel, Kartoffel, Lauch. Jackpot gone. Die haben wir mit der Zutat angeschossen. Das hat Enig irgendwie auch gemacht. Ich habe es aber noch ein bisschen nach oben geschafft. So schön. Zwiebel. Brokkoli, Käse. Lauch. Ich glaube, wir haben genug Zwiebel, danke. Es gibt nie genug Zwiebel. So, Käse. Brokkoli hat den Lauch. Okay, ja, ja, ja. Lauch. Okay, hier türbt sich gerade alles, glaube ich. Okay, Zwiebel, Kartoffel, Möhre, Korn. Äh, Möhre? Ja. Kartoffel, Leute, ist okay. Und Zwiebel. Hallo. Wir können die gleiche. Das ist der links der Erstkirschi. Schieb das mal so ein bisschen. Ja, genau. Kartoffel, Lauch. Ja, warte, ich wusste, Lauch in dem Haufen hier, da, so. Das sind nämlich an die Fleischhaufen, die wir damals... Die Kartoffeln, Möhre, ja. Die wir damals in der Dichtung haben. Könnt ihr überhaupt noch laufen da unten? Nein. Und nicht ohne alles wegzustoßen. Von daher. Klopf. Guck mal, ich habe die Zwiebel gefunden. Dankeschön. Ähm, ich glaube, ich wollte eine Kartoffel noch dazu haben. Ja. Ich habe noch eine. Gut. Eine blieb nicht. Äh, Käse, Zwiebel? Äh, haben wir beides nicht. Oh, nein. Äh, Käse... Zwiebel. Okay. Okay? Ähm. Stopp. Och, ich hasse das. Ähm. Danke. Gut. Zwiebel. Ja. Kartoffel? Ja. Geh mal her. Also, ich habe eine Kartoffel für dich. Wohl. Zwiebel. Da kommt... Ich brauche noch eine Zwiebel, bitte. Zwei Zwiebel. Ich brauche eine Zwiebel. Den Brokkoli und den Käse nehme ich auch. Ja, okay. Da hast du deine Zwiebel. Danke. Du mal weg, da. Es ist... Es ist... Knopf. Du kannst vergessen eine Zwiebel. Ach, Zwiebel. Das ist eine Möhre. Zwiebel. Knopf. Bitteschön, Zwiebel. Noch eine Zwiebel. Ich pass. Haben wir dich. Ja, mit einer Kartoffel. Oh, da hast du die Kartoffel. Cool. Zwiebel. Kann ich ihn fragen. Ja, danke. Zah, Wiebel. Dankeschön. Was brauchst du? Alles. Ich habe einfach Zwiebeln. Geh mir mal Kartoffeln und Zwiebeln, Leute. Ich habe genug Möhren, please. Leg die Scheiße hier ab. Leg die Scheiße hier ab. So. Wir haben genug Möhren. Hallo. Okay, eben ist es vorbei. Eben hat es Dirt gemacht. Ich stürze mich in den Abgrund. Das ist... Wir brauchen ein System, Leute. Also eins, das funktioniert. Ich träume unsere Plattform frei. Kirschchen, wir sind unsere Plattform frei. Soll ich die Sommersreihe umgeben? Ich warte, ich werfe es nach links. Ja. Und lasse die Suppe anbrennen, weil es ist eh verloren. Warte, warte. Was? Nein. Ich hätte es rübergehen können. Könnte es im Kreis runterlaufen. Lass einfach die ganze Küche brennen. Ja, tu ich. Flamierte Zwiebelsuppe. Sagen wir es selbst gemacht. Ja, wir. Wollen die keine... Keine flamierte Zwiebelsuppe. Ja, das war ein Livestream von meinem Gehirn. Nee. Komm, wenn ich das auf hier runternehme, brennt er nicht mehr. Wenn ich ihn draufstell, brennt er wieder. Und jetzt nicht mehr. Guck mal, mein Essen brennt auch nicht. Obwohl es im Feuer stand, brennt das Essen nicht. Krass, war... Guck mal, das können wir echt flamierte Suppe rausgeben. Auf geht's. Ja. Dice hat Dirt gemacht, meins nicht. Haha. Top mich. Okay, ich geh die Karotte raus. Die brauchen Teller für die Karotte. Oh nein. Da hat jemand meinen Topf in den Sumpf geworfen. Wieso brennt er nicht mehr? Aber sie sind wieder gespawnt im Feuer. Scheiße. Aber wie praktisch. Man braucht ja keinen Müll. Man kann sogar einfach einen abrufwerfen. Ich brauch einen Teller, wenn ich einen dreckigen Teller abgeben will. Was soll denn das? Hey, wir haben einen Stern, weil wir so gut waren. Wuh. Ich glaub, du verzweifelt bei meinem Leben. Also. System. Okay. Keine Ahnung. Also wenn ihr zu viel da unten, äh, Zeug anhäuft, bringt's nix, weil dann kuhlt alles runter und... Nee, das ist, das ist schon hinterm, nee, nee.